1,8 Millionen Rentner profitieren ab dem 1.1.24 von einer Neuregelung oder besser gesagt 1,8 Millionen Rentner setzen mit ihrer Erwerbstätigkeit ihren Rentenanspruch nicht mehr aufs Spiel. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie ahnen es wahrscheinlich, es geht um die Erwerbsminderungsrentner. Es geht um diejenigen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung in Deutschland nicht mehr arbeiten können und deshalb eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen können oder beziehen. Genau diese Rentnerinnen und Rentner sind es, die bis zum 31.12.2023 de facto mit einer Erwerbstätigkeit immer so ihren Rentenanspruch in Gefahr gebracht haben, weil immer diese Unwegbarkeit mitgeschwungen ist. Was passiert jetzt mit meiner Rente? Was macht die Rentenversicherung? Prüfen die nach, wie viele Stunden ich jetzt arbeite? Was ist jetzt los? Kann es passieren, dass ich meine Rente aufs Spiel setze, dass aus meiner vollen EM-Rente eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung wird oder aber die Rentenversicherung den Rentenanspruch komplett für die Zukunft aberkennt? Und das, meine Damen und Herren, das ist ab dem 01.01.2024 zumindest für einen befristeten Zeitraum nicht mehr möglich. Die deutsche Rentenversicherung hat praktisch immer ein Prüfungsrecht. Das wissen Sie auch. Das habe ich auch in vielen, vielen Beiträgen und auch in vielen Videos auch schon immer wieder gesagt oder auch in Beratungsanfragen, dass unabhängig von der Frage, ob und wie viel Sie arbeiten, die deutsche Rentenversicherung oder Ihr Rentenversicherungsträger selbstverständlich jederzeit Ihre EM-Rente prüfen kann. Also die Frage, ob bei Ihnen überhaupt noch volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt. Ja, und nunmehr ist es so, dass die Versicherten jetzt die Möglichkeit haben, eine Erprobungszeit in Anspruch zu nehmen und zwar für sechs Monate können sie praktisch ihre Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erproben. Ohne, und das ist das Entscheidende, ohne, dass der Rentenanspruch in dieser Zeit gefährdet ist. So hat es auch die deutsche Rentenversicherung mitgeteilt. Das hat der Bundesrat am 15.12.2023 noch beschlossen. Ich hatte davon berichtet. Nun ist es so, daneben können Sie sich, also Sie können sozusagen jetzt ab dem 1. Januar 2024 selbst erproben, ob Sie in der Lage sind, mehr als drei Stunden am Tag oder mehr als drei Stunden am Tag zu arbeiten bei voller Erwerbsminderung, das für sechs Monate, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass Ihre volle EM-Rente weg ist oder mehr als sechs Stunden arbeiten, zum Beispiel bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente, ohne dass Sie Angst haben müssten, dass Ihnen die Rente um die Ohren fliegt. Aus unserer Sicht ist das eine wirklich sehr, sehr praktikable Regelung, weil man dann wirklich testen kann, selbst auch für sich testen kann. Schaffe ich das? Kann ich wieder arbeiten gehen? Muss ich jetzt Angst haben, dass meine Rente mir aberkannt wird? Wir empfehlen als Rentenberater, bevor Sie so eine Maßnahme überhaupt in Angriff nehmen, bitte gehen Sie als allererstes zu Ihrem Arzt. Prüfen Sie, wie sieht es aus? Ja? Er gibt Ihnen schon eine Einschätzung und sagt Ihnen, du pass auf, das passt oder das passt nicht. Also mit der Erprobung. Dann zweitens, Sie müssen natürlich einen Job haben, ist klar. Wenn Sie keinen Job haben, müssen Sie sich einen suchen und dann auch mit dem Arbeitgeber da entsprechend was abstimmen. Und Sie sollten natürlich im Vorfeld zur Rentenversicherung gehen, zu Ihrer Sachbearbeitung und sagen, du pass auf, habt ihr schon was von der Neuregelung gehört, die es gibt? Ich möchte das gerne für mich jetzt in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt gerne mal ein paar Stunden länger am Tag arbeiten als die drei oder die sechs Stunden. Also meine Damen und Herren, probieren Sie es einfach aus. Wer sich in der Lage fühlt, kann hier auch noch wirklich davon profitieren. Er kann also noch ein paar Euro 50 neben der EM-Rente dazu verdienen. Gegebenenfalls nutzen Sie auch diese Hinzuverdienstgrenzen einfach aus. Dafür gibt es die auch. Bei der vollen EM-Rente sind es 18.500 Euro circa. Bei der teilweise Erwerbsminderungsrente weit über 30.000 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst im Jahr 2024. Also meine Damen und Herren, wenn das mal nicht eine gute Nachricht ist, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Und die zweite gute Nachricht in diesem Video, kündige ich es einfach schon mal an, es ist nicht mehr lange hin bis zum 1.07.2024 und dann gibt es für die EM-Bestandsrenten die Zuschlagsregelung bis 7,5% mehr Rente und zwar abschlagsfrei auf EM-Renten oder hinterbliebenen Renten oder Altersrenten, die unmittelbar nach den EM-Renten nachfolgend in Anspruch genommen worden sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank. Vielen Dank.